6. März 2018, Dienstag. Heute gibt es ein sehr feines Gericht, und zwar ist es ein Pudenbraten mit einer deftigen Curryraumsauce. Und als Beilage gibt es Reste, und zwar Makaronireste, sowie Salzkartoffelreste. Man darf hier nichts wegwerfen. Und last but not least gibt es den applicatorischen Kopfsalat. Ein sehr feines Gericht.